Hallo ihr Lieben, ich bin Arne Schmidt, der Friedenspianist. Es geht um ein wichtiges Thema der Pressefreiheit. Wie einige schon mitbekommen haben, wurde mein Freund Björn Banane, als er mit seiner Frau bei einer Demo war, am 10. März wurde er von Linksradikalen angegriffen, als er Presseberichte machen wollte und was filmen wollte und so weiter. Und das konnte man im Video sehen, ich habe es auch im Video gesehen, also ich war sehr, sehr schockiert, was ich da gesehen habe. Die wurden richtig gewalttätig und haben da irgendwie zugeschlagen. Björn konnte und seine Frau mit Hund, die konnten sich noch gerade durch die Wälder retten. Also seine Frau hat auch eine Riesenangst gehabt und das war sehr schockierend. Und zu diesem Thema gibt es eine Demonstration, jetzt am 18. Mai. Ich bitte euch zahlreich zu erscheinen in Grünheide ab 14 Uhr. Björn Banane wird dabei sein. Andere Musiker werden dabei sein. Ich werde auch dabei sein mit Piano. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil nur so funktioniert eine wirkliche Demokratie, dass wir friedlich bleiben, auch wenn andere eine andere Meinung haben und dass wirklich die Pressefreiheit gewährleistet ist. Und ich freue mich, wenn viele von euch vorbeischauen, mitmachen. Es werden auch noch andere Musiker dabei sein. Wie gesagt, jetzt am 18. Mai ab 14 Uhr in Grünheide. Und die Demo damals, wo er angegriffen wurde, das war auch in Grünheide. Und wir wollen ein Zeichen setzen. Liebe Grüße, seid dabei. Musik Untertitelung des ZDF, 2020